Hi, du schaust gerade den Kanal-Trailer für meinen YouTube-Kanal KaiX Staud. Vielleicht kennst du mich von meinem anderen Kanal Sonnenwald Outdoor, mit dem ich gerade einen Themenwechsel vollziehe. Aber es geht ja heute auch um diesen Kanal. Dieser Kanal ist entstanden, weil ich mich mit meinem Outdoor-Kanal, also mit dem Sonnenwald Outdoor-Kanal, themenmäßig total festgefahren hatte und gerne auch mal Videos zu anderen Interessen drehen wollte, als nur das Outdoor-Thema zu bearbeiten. Auf diesem Kanal kann ich mich jetzt auch richtig austoben und habe auch Spaß daran, alles Mögliche auszuprobieren und darüber Videos zu drehen. In den paar Monaten, in denen dieser Kanal besteht, ist auch schon verdammt viel passiert. Ich habe einen T5 zum Camper umgebaut, war mit euch One-Wheel fahren, und habe verschiedene Vlogs gedreht, Technik-Videos gedreht, Reiseberichte gedreht, war mit dem Mountainbike unterwegs und habe mir ein YouTube-Studio gebaut und mich mit 3D-Druck beschäftigt und vieles mehr. Beruflich bin ich seit über 20 Jahren selbstständig und lebe hier in einem kleinen Ort im Sonnenwald. 2019 habe ich mein neues Hobby, das Videodrehen, für mich entdeckt und es ist das absolut größte für mich Erlebnisse, um die sich gerade mein Leben dreht, in Videos festzuhalten. Ich kann euch also versprechen, dass es hier nie langweilig wird. Auch in Zukunft wird es Videos und Vlogs zu allen möglichen Themen geben. Ich bin der Kai, 49 Jahre alt und dieser Kanal ist mein Spielplatz und ich bin ein Träumer, ein Spinner und der, der Tausendoffys hat.